Nee, hat er nicht. War bestimmt Absicht. Gesundheit. Ja, er ist breit. Ja, war flott her. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Der App-Klulute-Obel-Hammel. Wir sind eingesperrt. Wir kommen nicht mehr raus. Oh nooos. Wir haben kein Internet. Wir sind verloren. Der Rechner ist baratt. Wir haben keine Stative. Nein. Wir haben keine Stative. Warum? Was denn? Alles deine Schuld, Schminker. Alles deine Schuld. Du warst schuld. Wir sind schon nochmal hier. Scheiße. Steht ihr auf dem Geist hier, oder was? Oh ja. Ich geh gleich hoch. Ich geh gleich runter. Ach du gehst da runter, dann geh nicht hoch. Ich bin das andere oben. Gib mir ein Zeichen. Aha, schenk mir ein Foto. Weil ich's angemacht hab. Hm 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 hm. Beim Arm von Grace Call. Ich geh immer in die Garage. Oh, er war schon in der Garage. Verdamm. Hallo. Hast du die Tür zugemacht? Ja, in der Tat, das war ich. Wir haben ein Kult hier im Wohnzimmer. Dann würde er die ganze Zeit mit dem Fernseher rumspielen und so. Da gegen die Tür hinter mir. Auch meinem zu nahe ist nichts. Hier hinten gegen die Tür. Das halte ich für ein Gerücht. So, 11 Grad, 6 Grad. Ein Knochen. Er ist bei dir! Sagst du Licht? Wo bist du? Wo bist du? Oh, oh, oh. Das war gut. Wo seid denn ihr? Wo bist du? Ja, das scheinbar unten. Wo ist denn er? Wo bist du? Jason! Er ist immer noch hinter dir. Der mag's hinter dir. Das ist... Ey, wie denn es hat alles gemacht gerade, ey! Ein Hinterlader. Wir haben da noch. Wir haben die hier noch nie im Wohnzimmer. Und das kann nur noch... Das ist garantiert ein Dämon. Weg das Buch hin. Fingerabdrücke, Orp und Buch. Wir haben doch keine Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, Orp oder Buch. Eins von beiden. Drei. Eins von denen. So. Ich hab den Sperminator dabei. Ausgezeichnet. Ich seh jetzt schon den ersten Toten. Das wissen wir. Fingerabdrücke, Buch oder? Ähm, Orp. Die Kamera ist sehr, sehr bescheiden aufgestellt. Oh ne, Schminker. Das war ich. Oh. Ich wollte ja zu zwingen in der Slickabdrücke. Aber gut, dann hab ich. Guck erstmal Orps. Der Wolf. Das Lamm auf der grünen Wiese. Ach, geil. Aber tut mir nicht gut. Das macht müde. Was haben wir denn noch? Was haben wir von den Missionen? Die Kamera ist Kaka platziert. Naja, wir hatten ja keine Stative. Bei Yamazini mit Dürmenarzt. Du bist der Schminker. Schluck zu meinem Weihwasser. Ich schätze, das Zeug trinkstundet aus nem Weinglas und aus nem Asi-Glas. Du trägst nicht aus nem Tetra-Pack, hier Onkel. Du trägst nicht aus nem Tetra-Pack. Kommen Sie, du Geist während einer Jagd. Okay, kann man knicken. Hier, Crucifix. Schminker, Crucifix. Nebemission. 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 Oh, okay. Verjagen Sie während einer Jagd. Deinen Geist mit nem Räucherstäbchen. Kommen wir ja total schön knicken. Orb, wir haben ein Orb. Es lebt. Wo ist denn der Orb zu sehen? Auf der... Jason, das ist toll, dass du das da hingemacht hast. Wir hassen dich, Jason. Okay. Fein, ja, fein, ja, fein. Fein, ja, fein. Fein, ja, fein, fein. Bleib stehen, es gibt den Schulter... Bleib stehen, es gibt den Schulterglocken mit der Taschenrampe. Bleib stehen jetzt. Er muss die Fresse gehauen. Hilfe, sie kommt mit der Maglite. Lauf! Jetzt ist den Schulterglocken. Ich hab dich dabei. Hm. So, Herr Crucifix. So, also für die nächsten Missionen muss man das Ding zum Hunt bewegen, ne? Oh mein Gott, das ist wohl. Räuchern Sie ihn aus! Achso, während der Jagd. Wir brauchen eine Hand. Das sind drei, das sind drei Hunt-Aufgaben. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ich bin weg. Ja, das ist jetzt so... Das ist einfach auf den Arsch. Wenn er anfängt zu Hunten... Dann ist das jo. Man müssten den jo immer zum Hunten bewegen, dass der sein Crucifix ein Stück vom Crucifix abbeißt. Name? Ähm... Gute Frage. Ich hab ihm seine Kraft genommen. Wie heißt er denn? Gespenst? Kraft genommen? Geist? Ja, ich hab seine Kraft genommen. Ich hab ihn gemacht. Das ist ein Mahle. Ist doch... Hä? Moment, da stimmt was nicht. Paul Endes. Geisterbox? ich habe mir die kraft gegeben da kommen sie rein ja das ding muss handen, komm rin ey oh, Fußabdrücke bei mir ein Netz man hockt dich drauf, das könnte lustig gehen hm hm hier hier ist er wo denn hm 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 der jagt doch doch ne mulz, wieso machst du das schminker? war auch so schön mit absicht ich glaube war auch so absicht es ist mal auch so schön passiert ich habe die feuerzeichen aus versehen drangehalten und weggeschmissen nein, ich mach das nicht, ich komme immer aus versehen auf die falsche taste hm haben wir noch ein cruzifix? nein, haben wir ein nest das liegt am tetrapack richtig, sie leilt ja schon wissen was hallo, gals, wie hältst du denn der geist immer? Jason? Jason Paul Anderson Paul Walker Mach mal weiter die Akku muss ich nicht auf mich ziehen mal einer bah bah was kaputt bah mach das Wasser dreckig blas die Kerzen aus hm ja cyk er ist durch Salz gelaufen ich war heiß hm Ich glaub der hunted jetzt nicht so schnell weil du grad eben ne Granate geschmissen hast Oh oh, hat Attack gesagt Ah warte mal Attack hat er gesagt? Dann müsste doch eigentlich... Warte mal gehen wir mal gucken vielleicht hat er angegriff Das Vieh hat Attack gesagt Er hat gelogen Ach kann mal fahren diese Hunteraufgaben sind eh für'n Arsch Meinst du? Da ging's Licht an Hm hier aus dem Truck heraus fühl ich mich viel sicherer du Komm doch Ach da ist echt super beschissen gesetzt Wieso hunted der nütz? Nach Mare Eine Mare ist die Quelle von allen Albträumen sie wird bei Nacht am stärksten Mare, 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 Camilia Okay, eine Mare hat eine erhöhte Chance anzugreifen wenn sie sich im Dunkeln aufhält Boah machen wir ja eigentlich die ganze Zeit Schaltet man die Lichter um die Mare ein ist die Chance angegriffen zu werden sehr gering Aha Ach kein Wunder, Jason ist bei 100% Kein Wunder das sie nicht angreift Ich kündige Okay, gut Ja mal fahren Dann Habt ihr? Habt ihr gelockt? Habt ihr engelockt? Der Geist, der Geist, der Geist, der Geist war, der Geist war kein Russe Schminkerli Lock mir bitte Mare ein Anstatt Jupiter, äh Jure Warum? Weil das Mare ist Wie komme ich dann auf Juri? Ich weiß es nicht Wegen Dimitri Wahrscheinlich wegen Dimitri Die natürlich immer mit ihren russischen Geistern, ey Pass auf, Mann Ne, ne, Mann Als Beweishammer, Gefriertemperaturen, Geisterbox und Geisterorb Mensch, Frau, hör mal zu, Mensch Gefriertemperaturen, Geisterbox und Geisterorb Ergibt Mare Echt, hey Kann ja wohl nicht Sinn, oder? Mal verbewerb ich dich mit der Taschenlampe Okay, ich heb's in den Hof Ich brauchste noch Geist jetzt auch noch immer rein? Nöööö, aber er ist drin Warum? Bitte komm in Jahson Okay Das ist ja nicht mehr normal Wie sollst du'n die Aufgabe auch schaffen Paul Anderson, Paul Anderson, Paul Anderson, Paul Anderson. Hijacken 3, 2, 1, wir sind weg. Paul Anderson, Paul Anderson, Paul Anderson, Paul Anderson, Paul Anderson. Paul Anderson, Paul Anderson, Paul Anderson. Heheheh. Lauter Verrückte. Oh ja, wach, 105. Neureich. Scheißdreck. Hey, wir haben Stative. Kopfkameras, Alter, da hat er Geld. Er hat Geld zum Scheiß, das hat er die zu 100 geknackt.